Hallo zusammen, hier ist wieder Hotchela und heute bin ich wieder für euch hier in Battlefest.net und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es nämlich mal wieder um ein paar Paragon-Kisten und ich habe mir wieder insgesamt sechs Stück zusammengefarmt, vier habe ich bereits im Momentar und zwei können wir uns gleich nochmal von der Wertenhändlerin besorgen. Und ja, mal gucken, ob ich mal wieder ein bisschen Loot kriege, ein paar Toys könnte ich auf jeden Fall noch gebrauchen und ja, würde sagen, schauen wir gleich mal rein, machen wir am Anfang die Eidgebundenen auf, um ein paar Dienstmedaillen zu bekommen, beziehungsweise dann kann ich mir nämlich gleich hier die nächsten holen und mal gucken, ob ich vielleicht aus der zweiten Kiste was rausziehe, nein, leider auch nicht und dann können wir das hier abgeben, das habe ich nämlich vorgefarmt und uns direkt nochmal eine dritte von den Eidgebundenen, die sind ja einzigartig, deswegen kann man nur eine im Inventar haben. Schade, dreimal Eidgebundenen, dreimal nichts, dann haben wir einmal Champions von Azeroth, dort haben wir auch nichts hin, okay, jetzt haben wir noch zwei Kisten über und ich hoffe, dass aus einer der beiden Kisten ein Toi rauskommt. Okay, da war nichts drin, okay, und die letzte Kiste, oh nein, die Fledermaus, die habe ich doch schon. Ich habe echt kein Glück, Leute, ich habe echt kein Glück. Dafür habe ich jetzt wieder ein paar Dienstmedaillen, das waren jetzt insgesamt 60 Dienstmedaillen, das hat mich natürlich jetzt wieder gut hochgebracht. Leider, leider, leider habe ich kein Toi rausbekommen, nur eine Fledermaus. Wir können ja mal gucken, was die so wert ist, ich vermute leider nicht mehr sonderlich viel. Moment, ich muss hier mal alle gesammelten Pads eingeben und wie heißt die? Fledermaus, hoi. Moment, habe ich irgendwelche Pads hier ausgeschlossen, kann das sein? Ich habe da alle drin. Okay, anscheinend heißt sie irgendwie anders. Ohm, bloß. Ah, da sind fast keine Pads drin, irgendwas habe ich, irgendwas habe ich abgehakelt. Eigentlich habe ich hier alles drin, anscheinend buggt es gerade. Egal, dann schaue ich das nächste Mal nach, wie viel die kostet. Ja, schade, schade, war wieder mal ein großer Reinfall an der Stelle. Leider habe ich kein Dings gekriegt. Warte mal, ich habe hier die seltenen ausgeblendet, deswegen geht es nicht. Jetzt können wir doch nochmal nachschauen. Ich dachte es mir doch. Bluttrollfledermaus, hier, wir schauen jetzt schon noch nach. Es war trotzdem nach... Was? Was? Das Ding ist bloß 2000 Gold wert? Ernsthaft, das ist aus einer Paragon-Kiste raus, okay. Das ist noch enttäuschender an der Stelle. Ich hätte wenigstens gedacht, dass es so 10.000 bis 20.000 wert ist, ne? Gut. Ja. Hm. Also, ich war richtig, richtig unlucky. Da ist ja das Gold mehr wert, das ich jetzt gemacht habe, durch die Kisten, ne? Da ist ja in jeder Kiste so 4.000 bis 5.000 Gold drin. Tja, gut. Also, das war es mit dem Video wieder. Leider hatte ich Pech. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und, naja, vielleicht habe ich das nächste Mal wieder Lack. Könnt ihr gerne wieder dabei sein. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.